Guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Willi Bald Wunderlich mit einer Sondersendung. Nun steht es fest, die harten Maßnahmen des Ministeriums für innere Sicherheit in den vergangenen Wochen schlugen fehl und konnten das unter Präsident Trump geführte diktatorische Regime nicht unterwerfen. Somit ist unsere Nation in einer Lage, in der wir uns seit rund 75 Jahren nicht mehr fanden. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen heute Abend leider mitteilen, dass Bundeskanzler Kurz den Notstand in unserer Nation ausrufen wird, welcher morgen um 6 Uhr in Kraft wird. Wir schalten nun live zu unserem Korrespondenten in Washington. Das war's von mir. Bitte schätzen Sie jede Stunde, die uns heute Abend noch bleibt. Ich geh hoch wie deiner Meinung. Mein bei dem Fan, doch kannst du es hören. Heut trag ich alle meine Ketten, ich seh aus wie Eis. Kick in negative Shittles, meine Freundeskreis. Ich mach die Dirty World, Jordans bleiben trotzdem weiß. Heute geh ich hoch, zimm mich an dem Leben heiß. Warum die Arbeit für die anderen machen, für die anderen leben? Viele sind depressed und nehmen sich das Leben. Hätte ich mir nur die Kraft gespart und mir selbst gegeben. Ich würde es niemals in die Tat umsetzen, würde ich's nicht bereden. Und zugegeben reden kann mir viel. Manifestiere deine Träume für den besten Deal. Wache auf und danke niemandem, bin self-made. Ich geh weiter meinen Weg, auch wenn die Welt steht. Stell dir vor, du hast nur eine Nacht. Ein paar Stunden, bis du turnt oder bist du lame. Was wird es sein? Zwei Pillen, eine Ja und eine Nein. Hab mich entschieden, ich geh hoch wie deine Mic. Ich geh hoch wie deine Mic. Mein Bein entfernt, du kannst du es hören. Ich geh hoch wie deine Mic. Mein Bein entfernt, du kannst du es hören. Keine Befleschen, aber sicherlich kein One-Take. Hab mich nur von Neuen an den Falk-Template. Keine Befleschen, aber sicherlich kein One-Take. Hab mich nur von Neuen an den Falk-Template. Ich geh hoch wie deine Mic. Mein Bein entfernt, du kannst du es hören. Ich geh hoch wie deine Mic. Mein Bein entfernt, du kannst du es hören.